Bei dem Anschlag sind gestern fünf Türkinnen, darunter drei Kinder, ums Leben gekommen. Wenige Kilometer von Solingen bin ich geboren und bin zum Zeitpunkt des Anschlags fünf Jahre alt. Der Mordanschlag ist ein generationsübergreifendes Trauma für MigrantInnen. Alle Gespräche in der türkischen Community damals. Habt ihr einen Feuerlöscher zu Hause? Wo sind die Fluchtwege? Was dieser Hass bedeutet, der gegen uns gerichtet ist. Es sind Menschen gestorben. Das muss aufhören. Mittlerweile verstehe ich, dass wir in Hanau, in der Bar, können wir alle zusammensitzen. Und denen ist es egal, ob du Türke bist oder ob du schwarz bist. Man braucht nichts, die ganze Bevölkerung beschuldigen. Also, ich glaube, diese kleine Pasha-Bemerkung. Dieser Film beinhaltet Angst und Wut aus 30 Jahren. Komprimiert in 30 Minuten. Danke, dass du uns zuhörst. Vielen Dank. Mal gucken. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020